Was sind die häufigsten Ursachen für Sodbrennen und Schwindel? Einige der häufigsten Ursachen für Sodbrennen und Schwindel haben ähnliche Symptome. Herzinfarkte, Magengeschwüre und Panikstörungen sind die häufigsten Ursachen und viele ihrer Symptome überlappen sich. Ein Herzinfarkt ist die schwerwiegendste der häufigsten Ursachen und erfordert sofortige ärztliche Hilfe, da ein Tod dies zum Tod führen kann. Magengeschwüre erfordern möglicherweise ärztliche Hilfe, je nachdem, wie stark die damit verbundenen Schmerzen sind. Panikstörungen können einige Minuten andauern und erfordern selten ärztliche Hilfe, es sei denn, der Zustand wird chronisch. Herzinfarkte können auftreten, wenn nicht genügend Sauerstoff in die Blutgefäße des Herzmuskels gelangt und diese nicht funktionieren. Eine Reihe von Risikofaktoren trägt zur Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts bei, wie Rauchen, Bluthochdruck und Familienanamnese. Einige der Symptome sind häufig unregelmäßiger Herzschlag, Sodbrennen und Schwindel. Die Symptome entwickeln sich oft und bleiben 30 Minuten oder länger bestehen. Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie einen Herzinfarkt haben, müssen umgehend medizinische Hilfe anfordern, um Herzversagen und Tod zu verhindern. Schmerzhafte Geschwüre in der Magenschleimhaut oder im Zwölffingerdarm, dem ersten Teil des Dünndarms, sind Magengeschwüre. Wenn die Magenschleimhaut nicht mehr funktioniert, bildet sich ein Geschwür, das eine Entzündung darstellt. Es wird oft durch eine bakterielle Infektion oder Aspirinaufnahme verursacht. Häufiger Alkoholkonsum kann auch zu Magengeschwüren führen. Einige andere Symptome neben Sodbrennen und Schwindel sind brennende Schmerzen im Oberbauch und Blähungen. Eine Episode intensiver Angst, die den Alltag stört, beschreibt eine Panikattacke, eine Angststörung. Menschen erleiden häufig Sodbrennen und Schwindel während des Einsetzens einer Erkrankung, und die Anfälle können periodisch auftreten. Andere Symptome können ein Gefühl des Ersteckens, ein Gefühl der Atemnot und Übelkeit sein. Eine Panikstörung wird häufig zunächst mit einem Herzinfarkt verwechselt, da sich die Symptome ähnlich anfühlen. Medizinische Fachkräfte können diese Möglichkeit sowie andere Störungen, die im Körper vorhanden sein könnten, ausschließen. Es gibt mehrere Behandlungen für diese häufigen Ursachen von Sodbrennen und Schwindel. Bei Herzinfarkten führen manche Ärzte möglicherweise eine Angioplastie durch, bei der es sich um die Öffnung der Arterien handelt. In anderen Fällen können Ärzte einen Stand in die Arterie legen, um zu verhindern, dass sie wieder verschlossen wird. Viele Menschen erhalten Medikamente, um Blutgerinnsel zu verhindern. Patienten mit peptischen Geschwüren werden häufig Medikamente zum Abtöten von Bakterien verschrieben sowie Protonenpumpen-Medikamente zur Senkung hoher Säurekonzentrationen. Einige Menschen entscheiden sich für die Behandlung von Panikstörungen mit Antidepressiva, während andere lernen, ihre Angst und Angst zu überwinden.